10% Grün, 10% Zucker, 20% Öl und 5% Sprinkles? Okay, probieren wir aus. Hier bin ich richtig gespannt, was rauskommt. Entweder es wird ein Fail oder es wird richtig krass. Ich glaube, ich habe mich zu früh gefreut, denn das ist viel zu ölig. Und so würde dann deine Formulierung aussehen. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen weniger Öl. Ich glaube, dann wäre es richtig gut geworden, aber so äh äh. Schreibt mir eine Formulierung in die Kommentare und wir probieren es morgen aus. Bye!